Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Lightning Returns. Jetzt gehen wir doch wieder runter, weil das hier nichts bringt und es ewig dauert, bis wir den Gegenstand kriegen können. Wahrscheinlich eh nicht jetzt, dass wir auf den nächsten Tag warten. Das heißt, wir können eh wieder gehen und kämpfen bis zum nächsten Tag. Final Fantasy Forever. Ja, ich stimme zu, also Final Fantasy muss auf jeden Fall sein, aber die müssen auf jeden Fall wieder Sachen, die gut sind, auch was wir Spieler gerne wollen, auch umsetzen und beibehalten. Oh Scheiße. Oha, jetzt aber der Verkauf des Chaos-Racheschwert, das ich habe, 200.000. Oh Gott, ich habe keine 200.000. Kriege ich jetzt Geld her. Oh Mann. Verdammt. Verdammt. Das ist schwer zweimal. Boah. Boah. 30.000. Seelenwasser. ein Wasser. Moment. Das ist aus wie ein Hammer. Keine Ahnung, was das für ein Gegenstand ist. Klingt aber jetzt nicht so wie... Keine Ahnung. Mann, das ist scheiße. Muss ich gucken, wie ich Geld zusammenkriege. Ich verkaufe jetzt was. Fertigkeiten. Oh, nein! Oh, nein! Da habe ich die Vitalsphäre schon einmal auf einmal recht, da habe ich auch schon einmal sogar ausgerüstet, Magnus, ach so das die Flüche zu verwerfen, dann kann ich die Flüche mit dem Flüche Giftgarstufe 1 Ich nehme hier Giftgarstufe 1 Konterspruch Ich nehme hier Deportes Portiment Die Wahl habe ich oft Und jetzt Sieg Die Wahl Sieg 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 ... Musik ... ... 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 ... ... 90.000, 100, 110 ... ... das reicht eh nicht ... ... Verdammt ... ... Musik 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 ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich verkaufe alles jetzt. Ich verkaufe alles jetzt. Ich verkaufe alles jetzt. Ich verkaufe alles jetzt. Also ich habe fast 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000. 100.000, 110.000. 120.000, 120.000, 120.000. Verdammt, ich müsste echt allen Scheiß verkaufen, um nochmal so ein Schmerz zu kriegen. Oh Mann, das nervt mich. Oh Mann, was will ich denn dafür eins verkaufen von den Waffen? Das nicht. Ich kriege dafür das andere Panzerschwert. Vielleicht kriege ich noch eine andere Waffe. Ach, ich lasse es erstmal so. Ich habe soweit eh das größte verkauft. Das habe ich erstmal kneter. Vielleicht kriege ich ja noch gut Geld jetzt. Ich wollte da runter. Oh Mann, Leute. Was hast du denn? Was hast du zu verkaufen? Auch was Gutes hoffentlich. 200.000 für das Schwert hier. Scheiße. Oh Mann. Äther, toll. Ja. Ausschuss. Ja. Ja. Das ist ja. 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 Supernova? Rundum Schlag 3, toll. Egal, ich kaufe trotzdem die ganzen Outfits haben. Smiley Brille? Ok. Bommeltörtchen. Lügen-Tompos. Hosen-Parfait. Ok. 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 Schock kann ich nicht gut. Das heißt Blitzka. Und tot. Bonus. Ist hier nochmal ein Seelensamen. Oh. Duft schon wieder. Ein Mistvieh. Sehr gut. Oh, ich will nochmal so ein Schwert. Gebt mir Geld. Neues hat einfach Gegner besiegen, kriege ich auch Knete. Oh, ich glaube schon richtig schnell einfach. Tod. Einfach alles killen, was hier rumläuft. Tod. 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 Hm. Ich will so einen Zyklop mal haben. Nicht dich. Bist du ein Zyklop? Du bist ein hässliches Hüpfviech. Egal, bis zum Abgang von dem Tag mache ich hier jetzt alles platt. Wir müssen auf jeden Fall merken, Final Fantasy Fiver. Weil der hat die 200.000 Schwertkacke da. Was ich definitiv haben will. Wenn ich die Knete hätte. Hm. Kleine Vieh macht auch Mist. Einfach immer killen, bis ich Knete habe. Ich will trotzdem einen Zyklop haben. Ich will trotzdem einen Zyklop haben. Oh Zyklop, wo bist du nur? Hallo, da bist du ja. Hab dich. Schlecht. 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 Gib dir schlecht, du Mistvieh. Moment, gegen was ist da? Alles normal. Schlecht. Dann muss ich eben schocken mit allen möglichen Attacken. Ja, ich will��만ig. Schlecht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Moment, jetzt habe ich gerade was gesehen. Ach, das ist da fertig drin, oh shit. Oh, ich will keine Rundumfeger haben, nein, egal. Das gibt Knete, das gibt Knete. Oh, Manni, Manni, ich werde jetzt, wenn Ende vom Part ist, werde ich hier weitermachen so lange noch, bis ich wieder im Schiff auftauche, da starte ich dann wieder das Video, weil ich jetzt nicht unbedingt euch zeigen will, wie ich hier 1.005 Millionen Mal den Gegnern auf die Schnauze haue, immer jetzt gleich, um Knete zu sammeln. Ich werde das einfach hier so machen und ja. Ist sonst ein bisschen öde. Ach du. Oh, die Viecher sind mies. Ich habe da gelesen gehabt, dass von den Viechern am meisten gibt es irgendwie über 60.000 von den Viechern existieren. Ich habe da gelesen. Ich habe da gelesen. Ich habe da gelesen. Ich habe da gelesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Flingschläger. Wunders. Wunders. Das da. Gut, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Speichere hier auch nochmal schnell. Und wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Shadow Mask. Ciao.